Hey, ich bin Jill Marielle Becks und heute erzähle ich euch etwas über mich. Die Beziehung ist nur besondere, wenn er aus seiner Box guckt und mich anguckt. Also das ist einfach, uns verbindet viel, auch wenn wir jetzt nicht so eine wahnsinnig lange Zeit gemeinsam hatten. Das war ein wahnsinns Erlebnis. Das Größte, was ich bis da geritten habe, was war das? Ich glaube Westfälische Meisterschaften, so ungefähr. Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich am meisten gelernt habe. Auf der Equitane ein Essen in dem großen Ring. Irgendwie kam das ziemlich gut an bei den meisten Leuten und das war auch ein mega, mega Erlebnis. Ich bin noch nie vor so vielen Leuten geritten. Das war das erste Mal so richtig, dass ich gemerkt habe, wie ein Pferd dich unterstützen kann und auch in dem Moment irgendwie alles für dich geben kann. Das Pferd war irgendwie schon immer Thema und war immer da und war auch irgendwie Mittelpunkt bei uns. Und dann gab es mal eine Zeit, da habe ich mein Pony bekommen damals, war so acht. Hollywood war das, mein Schimmelpony und hatte aber irgendwie nach vier Wochen dann, wo ich ihn hatte, keine Lust mehr zu reiten. Da waren meine Eltern natürlich total enttäuscht. Aber haben dann eben auch gesagt, okay, das ist dann eben so, dann machen wir keinen Druck. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Dann habe ich tatverkraftlich wirklich ein Jahr gar nicht geritten und habe dann aber so nach ungefähr, wie gesagt, einem Jahr wieder angefangen. Aber dafür dann mit mehr Ehrgeiz und mehr Spaß als vorher. Und dann fing das auch an, dass ich wirklich ein ernsthafter Turnier geritten habe. Jill ist für mich besonders. Besonders, weil sie ist total natürlich. Sie hat das Reiten als Gefühl. Es gibt so einen alten Spruch, wenn ihr es nicht erfüllt, ihr werdet es nie erlernen. Und sie fühlt einfach. Vor drei Jahren habe ich noch zu denen heraufgeguckt und habe mir gedacht, Mensch, schöne Sache. Vielleicht hast du ja auch mal irgendwann eine Chance dabei zu sein. Jetzt ist es soweit, jetzt bin ich dabei. Jetzt darf ich die Vorteile von der Deutschen Bank Reitsport Akademie nutzen und das freut mich sehr. Heute habe ich euch was von meiner Geschichte erzählt und nächstes Mal erzähle ich euch, was mich so an der Zucht fasziniert.